Leute, meine Clubmeister, es gibt einen neuen Video auf dem Kanal, Leute, und heute machen wir wieder eine Runde. Was heißt wieder mal? Wir machen einen neuen Modus, und zwar den Pantomimen-Modus in... ...Nein, bitte, hallo, und mit dabei ist heute... ...Kidmashwans! Hallo, hallo, was für eine Mode soll das sein? Äh, ähm, Jordan? Fußball, du Spasti. Ach, ach so, Digga, sag doch gleich mal. Und mit dabei ist heute noch unser fetter André. Rate, wer ich bin. Bob, 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 Bob. Kidmashwans? Nee, Autobahn. Oh, verdammt. Okay, Freunde, ich würde aber sagen, da ist ein neuer Modus, es kommt wieder eine geile und schnike Erklärung, und dann geht's los. Willkommen zu der Erklärung vom Pantomime-Modus, die verdammt Betrayal. Und zwar, meine lieben Freunde, geht es in diesem Spielmodus darum, dass wir halt Pantomime spielen. Ich glaube, ihr kennt alle Pantomime. Einer muss versuchen, mit Emotes ein Board zu machen, und die anderen zwei müssen es erraten. Der Gewinner kriegt eine gute Waffe, der schlechte Verlierer kriegt eine schlechte Waffe, und das war's vom Video. Und wir machen Battle 3 Leben, und ich würde mal sagen, let's go. Und nicht vergessen, abonnieren. Weil sonst, äh, äh, tut dein Popel, dich aufessen. Tschüss. Okay, vorhin habe ich mal gesagt, wo ist Kidmash? Ihr? Ach da. Ich würde mal sagen, Jungs, wir fangen jetzt an. Wer will zuerst Pantomime-Nier? Okay, Kidmash. Ich Pantomime-Nier. 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 Und? Okay. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was ist das erste... Deadpool! Äh, Apache! Äh, Roller! Roller fahren! Moped! Äh, Motor... Mofa! Mofa! Äh, äh. Moped! Äh, äh... Führerschein. Roller-Führerschein. Ab 15 Jahren! Äh... Ich kann nichts anderes machen, außer raus. Äh... Fahren! Roller-Fahren! Ja, richtig. Fahren. 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 Okay. Nur fahren, nicht Roller-Fahren. Ach so, fahren. Oh, okay. Nice, Digga. Okay. André, äh, dann solltest du mir das tolle Kebär nehmen. Ich muss die Kack-Waffe in. Du nimmst die Kack-Waffe. Ich würde aber sagen, Jungs, ich gehe jetzt raus zu normieren. Hä, warum hat er denn gearbeitet dafür, für nix? Hä? Ich habe doch versucht, damit ihr Dinge so vor euch zu helfen und so. Egal. Stimmt, das wurde jetzt nicht bedacht. Ja, Leute, ihr wisst, Odoman-Videos, rein da in das zweite Wort. Oh, okay, 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 ich habe was Gutes. Oh, Digga, wenn Odoman was erklären muss. Das hat jetzt weitere, es sind mehrere Emotes. Passt auf, ihr müsst jetzt erstmal hier suchen, okay? Äh, Panzerfahren. Warte ganz kurz, entspann dich mal. Okay, Freunde, okay, dann geht's los. Das erste ist das hier. Ja, Gangsterrapper. Hier ist so einer, so. Rapper, Rapper. Ach, ich darf nicht reden. Capital Bra. Und dann sind hier noch welche und die machen so. Konzert. Ja! Oh, mein Gott, Digga. Ich habe es aber auch gut erklärt, Digga. Sag mal ehrlich. Ich darf nicht reden. Hier ist einer, der macht so. Und dann so einer, der macht so. Und dann hier noch so. Okay, Freunde, da will ich mal sagen, Kidnaps. Ja, nein, 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 du bist irgendwie nicht, Digga. Ja, andere muss rein. Ahmed hat hier diesen kaputten Stuhl, der schon kaputt ist. Du sitzt auf dem Boden. Ah, okay. Uh, schwierig, Digga. Ja? Ich muss gucken, ob ich den habe. Wenn ich den richtigen habe, dann müsst ihr schnell sein, weil dann ist sofort, erkennt man das. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Perfekt, Digga. Aber ich glaube, Ahmed will gar nicht gewinnen. Ich glaube, Ahmed will gar nicht gewinnen. Oder ich will verlieren, Digga. Was macht mein Bauteam auf so eine Scheiße rein, Digga? Jetzt mal im Ernst. Danke, Bauteam. Erstmal danke für das Bauteam, die die Map gebaut haben. Vor allem, das, 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 checkst du das Kidnaps? Wörter ab. Ab. Ah, okay. Ich habe ihn. Ah, okay, okay, okay. Wir müssen sofort raten. Okay. Man weiter zu 1000 Prozent, okay? Okay. Drei, zwei, eins, go. Zombie. Ja. Okay, perfekt. Ich wollte ihn auch verwirklich haben, Digga. Ey, wolltest du? Ja. Ey, ich hätte das, ey, ich war zu lange, aber egal, Leute. Da muss der Stuhl hin. Ich habe den Kommentar gemacht, du musst auf dem Boden sitzen. Ich kann immer sagen, es geht wieder von Anfang an los. Kidnave, such dein Wort, mein KG. Pistole oder Mini, viel Spaß. Digga, save, Pistole, das ist die Pistole des Gottesdienstes. Ja, ich hole mir die, pass auf. Ich hole mir die, pass auf. Setz du da auf deinem. Ah! Du Hund, er schießt mich an. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Weihnachten. Antarktis, Weihnachtsmann. Rudolf. Nordpol. Rote Nase. Schwanz. Fettsack. Äh, äh. Äh, Cookie. Äh, Kamin. Schmei. Weihnachtsabend. Wei, 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 äh, Feuersalamander. Weihnachten. Rentier. Schlitten. Geschenke, Weihnachtsgeschenke. Äh. Schnee, Schnee. Äh. Äh. Stellt euch vor, stellt, stellt, äh. Stellt euch vor, ich bin an einem bestimmten Ort. Okay? Und dann. Oh. Hahahaha. Waaat? Er macht so, er macht genau so. Er macht so, Achmed setzt dich über den. Er macht so, stellt euch vor, ihr seid an einem bestimmten Ort. Und dann macht es so. Pfff. Pfff. Oh. Hahahaha. Hahahaha. Leute, wer dir das erraten hat, schreibt es in die Kommentare. Okay. 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 Keine Ahnung, wie man das Wort beschreibt. Also wahrscheinlich ist es. Guck mal. Ich, ich laufe. Ich laufe, hier. Dimension. Und dann auf einmal passiert so. Pfff. Er macht, er macht Charade mit Bilder. Nächstes Mal spiele ich Charade mit Handy. Der googelt, ich ziehe ja Bild. Hahaha. Okay, warte. Wo sind wir? Ach, mit welchem Knopf hast du? Die sind auch orange. Ah, die sind orange. Ich bin behindert. Okay, Leute. Dann ist mein nächstes Wort. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute. Oh mein Gott. Das ist schwer. Okay, passt auf. WhatsApp. So. Tinder. Ich hab's gut erklärt, Leute. Äh, TikTok. Ja. Ja, es ist TikTok, Digga. Oh mein Gott. Ich bin der TikTok, Digga. Oh mein Gott. Es war einfach TikTok, Digga. Okay, André. Könnt ihr die Kacke. Digga, baut ihm bitte. Macht anständige Waffen da rein. Digga, was ist das für eine behinderte Waffe, Digga? Oh, Sniper. Okay, Freunde. Ich würde aber sagen, wer ist als nächstes? André? Okay. Let's go, Freunde. André, ich bin einfach mal mitgekommen. Du bist ein Master von Pantomilien. Du bist echt gut, Mann. Alter, ich bin richtig gut. Leute. Schreibt unter dieses Video, was für Wörter wir noch machen sollen. Ah, Digga. Okay. Wo ist Kippman? Ach da. André, hast du dein Wort? Ja, ich hab mein Wort. Ich such grad nach Mimot, was passen würde. Jo! An meinem Kopf fliegt einfach eine Granate vorbei. Echt? Ich hab nix geschehen, Digga. Ach, jetzt kommt. Solange wir jedenfalls betrinken, Digga. Komm. Was willst du trinken? Oh, Saar, Milch. Eine Ewigkeit später. Vielleicht kommt ihr drauf, wenn ihr viel Fantasie habt. Okay, okay, okay. Wenn ihr viel Fantasie habt. Pizzeria. Pizza essen. Lieferant. Liefern lassen. Nein. Lieferando. Salami-Pizza. Italiener! Ich sag nur, war ein Meme. Oh du, Mann. Fett. Fett passt. Fett passt. Fett, fett, fett. Ich weiß nicht, was... DJ Khaled. Was? Ja, ungefähr die gleiche Statur. Okay, es ist irgendein Mensch. Es ist irgendein Mensch. Digga. Das passt auch gut. Deutsch. Keine Ahnung. Der ist noch Deutsch. Jumbo. Das fliegt da rum. Burger. Ja. Patrick. Nein. Wie würden das die Türken nennen? Zucuk. Grillen. Weakness. Weakness. Maschallah. Ohne viel reden. Ratar. Ja. Ja. Oha. Okay, das war echt todeschwer, Digga. Das war todeschwer. Ein bisschen drauf gekommen, Digga. Du hast gesagt, ohne viel reden, Digga. Ach ja, stimmt. Ich würde auch sagen, ich kenn mir die Sniper. Ach, nimm deinen Fisch. Ne, will ich nicht. Okay, wir will den schon haben. Warte, dann tu ich den mal weg. Gönn dir. Kriegst du eine Gewolle warst. Kriegst du eine Gewolle warst. Kriegst du eine Gewolle warst. Digga, was sind das für Waffen? Okay, Kidnave. Ja, Digga. Wow. Letztes Wort, glaub ich. Hier. Grolla, Apache. Nee, warte. Das. Und, äh. Hier. Popcorn. Ja, Kino. Lieferant. Äh. Kochner Lieferant. Äh. Äh. Zombie. Film. Kino gucken. Fahren. Zombie Apokalopse. Nein. Zombie Apokalopse. Zombie Horde. Zombie. Zombie Modus. Infiziert. Aber wozu steht das Popcorn, Digga? Du denkst falsch, Bruder. Denkst falsch. Wozu steht das Popcorn? Also er fährt, äh. Rollende Zombie Popcorns. Äh. Er fährt, ne er isst, dann fährt er von den Zombies weg. Ist das richtig damit? Nein. Gib uns mal einen Tipp vielleicht. Guck mal, ob ich dir einen guten Tipp geben kann. Boah, ich hab ne Idee. Okay. Boah, jetzt kommt die Graffiti Skills. Aha. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh mein Gott, das wird jetzt aber einfach. Boah, jetzt kommt's. Das wird jetzt einfach. Boah, das Graffiti ist ein bisschen zu OP, glaub ich. Weißt du? Ja. Soll ich? Tu es wie du willst. Äh. Saw? Ja. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Fahr. Die sind dreiradmäßig, weißt du? Und Popcorn. Digga, klug. Oh mein Gott. Äh. Da wär ich auch niemals drauf gekommen. Aber das war echt stark gezeigt. Okay, Freunde. Ich hab zwei Snipers. Ich nehm die. Okay. Da bin ich wieder dran. Und ich glaub das ist das letzte Wort, oder? Ne. Das vorletzte. Du hast da noch eins. Okay. Ja. Ja. Wie soll ich das denn zeigen, Digga? Aber hey. Alter. Kurz nochmal. Props geht raus an Mohamed, weil ich weiß, dass er das gebaut hat. Alter. Unnormal krank, Digga. Das sieht einfach krass aus. Okay, Freunde. Ich bin gespannt. Oh. Bitte. Oh. Ich muss jetzt überlegen. Okay, Freunde. Oh. Wo ist dieser scheiße Wort, Junge? Es ist einfach nur ekelhaft mit diesem scheiße. Okay. Okay, pass auf. Ja. Wer könnte das sein? Burak. Du. Ja. Also das hier? Ja. Achmed, wenn du jetzt nicht drauf kommst. Odoman aim. Nein. Mach nochmal. Digga, du verwirrst einen unnormal. Wer ist da? Odoman? Ja. Nicht ganz. Odoman Piquet. Odoman Peach? Guck auf den Mond, Junge! 2 plus 2 ist 4? Ja, aber... Hä? 40? Nein! Was denn? Wann mach ich das? Äh, Tu-Fisch-Standwich-Salat. Nein! Hast du vor... Mörder? Keine Ahnung. Zwischenspielchen. Nein! Was hat das mit Mörder zu tun?! Keine Ahnung. Was dreht dein scheiß Kopf an, Junge? Ja, und wann hab ich das immer gemacht? Diesen 1? Wann hab ich das immer gemacht?! Ich stelle euch krasse Chaos. Achmet! Vor 2 Jahren? Keine Ahnung! Achmet! Ey, es war immer ein... Special-Zeitpunkt. Der Digga wird den Gnome-Inside einbauen. Ja! Ja, Achmet! Ja, was? Begrüßung. Und? Und? Davor noch ein Wort? An-Mod. Davor noch ein... An-Mod-Begrüßung. Davor noch ein Wort? Davor noch ein Wort? Ohne-Mann-Begrüßung. Ja! Ohne-Manns-Begrüßung, Digga! Was ist das? Das sind zwei Wörter! Ja! Aber wie hätt ich das machen sollen sonst? Hä? Deswegen 2 plus 2 ist 4 und deswegen hab ich immer Begrüßung. Zum Beispiel bei den anderen Videos hab ich immer 2 plus 2 ist 4 gemacht. Deswegen ich bin schlau. Ich bin intelligent. Achmet hat das richtig... Okay, aber Tamar, wir dürfen nicht reden, Jungs. Wir dürfen nicht reden. Wir dürfen nicht reden. Okay, ähm... André, du hast glaube ich das letzte Wort. Achso! Okay, ja okay. Okay, vielleicht könnte das euch helfen. Ja? Okay? Ihr müsst nicht auf den Immo selber gucken. Ja? Hüpfen! Reiten! Kaninchen! Känguru! Nein. Ihr müsst nicht auf den Emote gucken. Ja, was denn dann? Nicht auf den Emote, sondern wie... Was er macht sozusagen. Wie das aussieht. Poppen! Nein, nein, nein. Das Ding ist, ich hab den Emote nicht, aber der Jips den man braucht. Oh, warte mal. I love aliens. Ich liebe aliens. Aliens! Nein, aber es hat was damit zu tun. Mond! Astronaut! Astronaut! Astronaut, Digga! Warum machst du nicht diesen Typen, der so fett läuft? Die? Ich hab ihn nicht gefunden, obwohl ich ihn gerade benutzt habe. Lass ihn in Ruhe. Digga, gib mir einfach hier... Ja, wieso scheiße? Du hast doch gewonnen. Achmed, nimm da deinen... Will ich nicht. Okay. Da will ich nur sagen, Jungs, wir haben unsere Waffen. Kommt mal hier raus. Kommt mal hier raus. Ich will eure Waffen sehen. Boah, Digga, willst du das ehrlich sehen? Er hat die Scar, Digga. Ja, Achmed? Zeig. Pio. Oh, Pump. Fisch, Digga. Infrarot. Und Granaten. Ah, wenn er folgen, Digga. Ah, Digga. Okay, Ate. Deins hab ich noch nicht gesehen. Drop. Digga. Er hat einmal gewonnen und dann kriegt er so einen Müll. Hat jemand noch Biggies oder so? Nö. Digga, warte mal. Ich muss mich voll machen. Ich bin nicht voll. Okay, Freunde. Hier sind wir auf der Battle Map und wir müssen hier kurz unsere Checkpoints suchen. Weil wir... Ah, hier. Wahrscheinlich bei den Pfeilen ist ein Checkpoint, oder? Ich denk schon, ja. Ah, okay. Gut, Freunde. Ich bin auf meinem Checkpoint. Drauf seid ihr bereit, Jungs. Yes. Dann würde ich mal sagen, geht es los. Wir haben drei Leben und let's go, Digga. Wer gewinnt, hat gewonnen, Digga. Und seine ganze Ehre wurde gemächt. Peinlich, André, Digga. Peinlich, Digga. Junge, ich hab nur Kackwaffen. Oh, Shit. Du hast so einen dicken Handy kassiert. Er dreht durch mit seinen Granaten. Pistol des Todes. André ist noch mit dem Spawn kaputt gemacht. Okay, Kidnaff. Oh, lol. Der Brunnen geht auch kaputt. Ja, der Brunnen geht anscheinend auch kaputt. Deswegen lassen Sie bitte Ihre Granaten. Oh, oh, oh. Kommt doch. Kommt doch. Digga mit dem Pistol des Todes, Digga. Okay, André down. Okay, André. Was war das für ein Ziel? Ich hab keine Ahnung. Und du, Mann? Ich hab noch zwei Leben. Kidnaff hat... Hat doch alle, ne? Hat noch alle. Und André hat noch eins. Oh, mein Gott. Okay, Freunde. Ah! Geht mit down. Ah! Du musst noch einen dicken Hit kassieren. Hab ich nicht? Ich bin dick. Ich hab nicht mal mehr Dings hier. Was hast du nicht? Mein ganzer Boden ist weg. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen will, damit ich nicht außerhalb der Map fliege. André, komm her, Digga. André, komm her. Ich seh dich, Digga. Oh, verdammt. Oh, André ist low. Ah! Wo ist der, Digga? Wo ist der, Genju? Jungs! Kann das sein, dass ihr mich nicht mögt? Ist André down? Der André ist halt direkt zwischen uns beiden. Ja. Das ist das Problem bei Vierecken. Oh! Oh du, Mann. Ja, leck mich, Digga. Ach, Quint hat auch noch. Ich hoffe, du stirbst gleich. Ich hab ein Leben. Ich hab ein Leben. Wie viel hat der noch? Eins. Eins. Oh mein Gott, okay. Ah! André, Digga. Muck mal nicht. Muck mal nicht, Digga. Oh, shit. Bitte nicht. Guck mal nicht, Digga. Bitte nicht. Ich bin versteckt. Komm. Okay, ich komm. Ich hab dich nicht gesehen, wie du dich da hinterm Baum hielst. Pass auf, Digga! Ah! 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 OK, Da war's. Okay, meine, ich würde mal sagen, was war's vom Gewesensein von dem Video gewesen so? Sieh so. Wenn ihr euch das gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, nicht vergessen Checkt die Jungs ab und natürlich mein Instagram, ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim Video